Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Rockorti. Wir spielen heute Overwatch und mit dabei ist Maddy. Willkommen bei den Overwatch Sommerspielen 2016 in Baselien. Es hat funktioniert. Dein einer Satz den du hast. Ja und den ich auswendig gelernt habe. Ich bin stolz auf dich Maddy. Vor dem Spiel geübt habe. Ja stundenlang hast du gesessen. Nein nur 10 Minuten. Und den einen Satz gelernt. Wir spielen heute Lucio Ball. 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 Lucio Ball. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist Lucio Ball sowas ähnliches wie Rocket League. Es ist ein 3 gegen 3 Spielmodus und man versucht den Ball in das gegnerische Tor zu schießen oder mit der Ulti wegzudrücken. Ja. Das Runde muss ins Eck geht. Genau. So wie hier. Bei uns. Toll. Torwart. Schlecht. Wir standen da wieder im Tor. Unglaublich. Gleich auswechseln. Ich kann nur Schlechtland sehen hier. Aha. Aha. Sehe ich da Abelian? Ne. Namen gibt's hin. Das saß bestimmt du. Ey ich bin on fire. Weißt du. Das heißt irgendwas mache ich ja richtig. Oh. Der war gut der Ball. Vielleicht kann... Ne. Natürlich nicht. Maddy in vorne. Als Ronaldo. Ich hab keinen Fuß. Ich bin echt am Fuß reinladen. Ronaldo? Du bist Ronaldo ne? Du findest ihn ja ganz cool eigentlich. Ne. Ne? Ich dachte. Nein. Einfach nur nein. Ne. Ich nicht. Wo ist der Ball? Das hat immer das Problem bei diesem Spielmodus mit der Übersicht. Huh. Das hat er gut gemacht unser Torwart. Also die Kameraführung ist bei... Jetzt gibt's was auf die Ohren. Ähm. Rocket League schon ein bisschen fester ne? Hier wird's gleich lang. Das stimmt. Aber da hat man ja auch die... ...beritte Person. Das ist ja ein bisschen einfacher da. Hier ist ja alles First Person. Oh. Und es hat noch ein bisschen verbuggt alles. Also... Der Ball macht hier... ...komische Kurven. Wunderschöne Sachen. Man kann nicht immer genau vorhersehen wo alles Jesus hinfliegt. Das ist so... Das Ding hier. Bei Lucio Ball. Oh, geht da rein? Super Ball. Na, Lucio Ball. Boah. Ist doch hier... ...in Rio. Da sagen die auch Ball. Ach so. Hab ich gehört bei... Warst du doch schon mal? Ja, natürlich. Und was? Wir sind doch hier gerade live im Stadion. Ja, das ist schon mal. Ich dachte, das wüsstest du, Martin. Haben die schon mal Ball gesagt? Oder haben sie Ball? ...gesagt, hm? Ball. Die sagen nur Ball. Die sagen dazu allem Ball. Komm, geht der? Ach, scheiße. Nein, der geht nicht. Ja, gut. Der geht. Der geht. Der hat die Gegner. Ja, die Ulti ist halt echt komplett useless. Nein, die... Du brauchst eigentlich gar nicht einsetzen. Ich hab damit schon mal ein Tor gemacht, ja? Als ob... Ja, doch. Du hast doch nie ein Tor gemacht. Ich hab schon... Hallo? Bitte was? Ja, bitte was? Genau. Ich hab schon mal ein Tor beim letzten Spiel gemacht. Dann hab ich da ein Tor mit der Ulti gemacht. Aber ins falsche Tor. Ja. Zählt nicht. Wir müssen es mal ranhalten. Wir liegen hinten. Ja. Mach mal ein Tor. Jetzt liegen wir noch mehr hinten. Was ist das denn? 2 zu 0 schon. Warum machst du kein Tor? Warum machst du kein Tor? Mann, du machst... Ich dachte, du bist der Stürmer. Du bist der Ronaldo. Ich bin doch im Tor. Wo? Welches Tor? Im Gegnerschaften-Tor. Ja. Naja, 5 Sekunden haben wir noch. 2 Tore. Easy. Klar. Jetzt kommt hier meine Ulti. Wie ist das? Hat gut funktioniert. Oh, der kommt gut. Der kommt gut. Oh, was war das denn? Irgendwie hat mich wer anders geboostet. 30 Sekunden für 2 Tore ist das machbar. Gute Ulti, Maddin. Spass. Guck mal hier. Was denn? Da müsst ihr stehen. Mann. Ja, ich verteidige den Ball hinten. Ja, ich... Ja, äh, sieht man, ne? Ja, wenn die Abwehr nicht da ist, wenn die Abwehr nicht da ist, dann kannst du halt nichts machen. Da kannst du nichts machen. Als Torwart, da bist du einfach... Da bist du halt alleingelassen hinten. Ja, und dann verkackst du es als Torwart, weißt du? Dann kannst du gleich AFK gehen, eigentlich. Und verkackst du es als... Gleich AFK. Ja, geh bitte AFK. Ich komme mit dem Dämmel sind wir besser dran. Hey. Wer boostet mich denn hier immer weg? Jetzt hier. Ich foul den erstmal. Grätsche. Ja, zählt nicht mehr. Ja, ja, ja. Ja, war... Oh, verloren. Okay, wir sind raus. Leider keine Goldmedaille für uns. Ah, ist das schade. Aber Bronze. Wir haben uns gut geschlagen. Als Zweiter. Ist nur 0 zu 3 oder so. Ja. Nur 0 zu 3 ist eigentlich egal. So, schauen wir uns mal ein schönes Tor hier an. Oder auch nicht. Was ist es? Doch, ist ein Tor. Hat er gut gemacht. Hey, wow. Der Ball wäre nie ohne ihn reingegangen. Nur mit seiner Hilfe hat er es geschafft. So, zwei Tore oder zwei Schüsse gehalten? Zwei Tore. Was, was wollt man da hoch? Am besten gar nichts. So. Also, ihr hängt nichts hoch auf Worte. Nee, ich worte hier gar nichts hoch. Ich worte hier nichts hoch. Was ist da? So, wo kommt noch ein bisschen XP? Oh, nice. Lootbox. Stufe 64. Yes. Wie ist das? Das heißt. Weiß ich nicht. Wo kommt es hier zwei? So, dann nur eine Rio-Kiste? Schauen wir doch mal nach. So, mit in der Aufnahme. Lootbox. Oh, eine Rio-Kiste. Nice. Das heißt, es ist gleich noch ein Case Opening mit dabei. Cool. Öffnen wir mal. Und es ist natürlich blau. Nichts. Ein grüner Farrah Skin. Smaragd. Den muss ich mir mal ansehen. Der ist grün. Mehr auch nicht. Ausrüsten. Was haben wir noch? Das Spray habe ich schon. Spray von Hanso. Tee. Und Hanso als Spray. Wow. Sehr schön. Danke fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.